Hier sind alle herzlich willkommen. Ich bin gerne bei Lubinus, weil ich habe ein Dreamteam. 26 Jahre bei Lubinus und nicht einen Tag bereut. Der Job im OP ist vielseitig und interessant und macht uns seit vielen Jahren Spaß. Wenn jemand ein offenes Ohr braucht, ich bin da. Heute ist mein erster Tag bei Lubinus und ich fühle mich direkt herzlich aufgenommen. Ich finde es schön zu sehen, wie die Patienten bei uns gesund werden. Ich habe damals in der Lubinus-Klinik hospitiert und wusste sofort, hier möchte ich arbeiten. Wir sagen Ja zu Lubinus!